Hallo und Willkommen zu Hearthstone. In diesem Video werde ich versuchen, meinen tausendsten Sieg im Modus Spielen zu erhalten. Dann mal los. Natürlich rankt mit meinem Schaman, den ich aktuell spiele. Also kann es sich nur um Jahre handeln. Ja, da tut wohl nicht so schnell was mit dem tausendsten Sieg. Erdschock für eventuelle gebuffte Kreaturen zum debuffen. Ja, jetzt die Frage. Agrohunter. Okay. Runde 2 oder erste Runde Schleim und dann dritte Runde Wölfe. Das wir den Towns auf dem Board haben. So, was danach kommt. Gegen Jäger so wenig wie möglich. Oh, da müsste ich sitzen. Ah. Das sieht nach einer Unleash-Kombo aus. Huffa. Bäh. Naja. Warte mal. Wenn er dann nächste Runde Anlui spielt. Zwei Hunde mit je vier. Passt. Sollte passen. So. Und Leok können wir nächste Runde... Ja, mal gucken. Spielen wir Totem? Lieber nicht. Oh. So. Das ist natürlich... Hm. Vier Leben. Ah, 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 ah. Totem können wir nicht spielen. Dann haben wir nicht genug. Okay, dann machen wir Erdschock. Auf die Jurg. Blitz auf den Hunde Meister. Und... Hauen wir den weg? Ist jetzt die Frage... Ist das ein Wildtier? Ja. Moving. Was heißt das? So, nächste Runde sind wir mit einem übercharged. Das heißt, wir können maximal vier Mana ausspielen. Oh, come on! Läuft nicht so toll. Na ja, müssen wir Totem am besten und Waffe. Und Facecheck. So, nächste Runde sechs Mana und... Minus einen überladen. Das heißt, wir könnten den Azul Drake spielen. Das ist natürlich ein Problem. Sieben Schaden auf dem Board. Offensichtlich ein BM-Hunter. Hm. Hm. Ich denke mal... Wir könnten auch... Totem... Nee. Nee. Wir hoffen... Wir hoffen mal, dass wir was Gutes ziehen. Hm. Ach ja, die gute alte Hoffnung. So, nächste Runde. Sieben... Sieben Mana. Hm. Ja, das war zu erwarten. Fast Nummer eins. Und... Neun Damage to the face. Und... Neun Damage to the face. Hm. 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 Was tun? Was tun? Was tun? Sieben Mana. Ja. Also Misha, Froggen. Axt drauf. Oder warte mal. Ähm... Froggen... Na ja, machen wir es so rum. Frog. Hier wird der Sturm. Komm. Drei. Ein Dreier bitte. Drei. Drei. Yes. Clearboard. Puh. Jetzt sind wir schon ganz schön low. 20 Schaden da irgendwie reindrücken. Hm. Nächste Runde drawen wir mit dem Azur Drake. Hm. 6 Mana. Savanna Highmane. Uh, nichts. Okay. Facecheck heben wir uns auf. So. Das sind jetzt 6... Pop, 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 pop. Nächste Runde Feuerelementar. Ah, das riecht so nach Unleash nachher. Ja. Wurscht. Jo, das wäre dann Lethal für uns. Aber ich denke mal, der wird uns jetzt hops nehmen. Waldwulch. Ja. Es sind noch 2. Es kommen jetzt 2 Waldwulfe. Dann... Du kommst auf 6 Schaden. No. No. Hm. Jäger mal? Zweimal? Was? Oh. Face, wa? Okay. Okay. Das muss doch noch irgendwie einen Schaden machen. Ich glaube, das hat kein 0 Mana Spell, oder? Hm. Wow, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. GG. Jäh. 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 Das wäre dann der tausendste Sieg. Hm. Ah ja. Und Rang 10. Yes. Ah, der schreiende Uga. Der weinende Uga. Jodner. Schade, dass es dafür keinen Erfolg gibt. Für tausend Sieger. Im Spielenmodus. Ja. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.